wunderschönen guten tag zu dieser kleinen breaking news und wir sitzen gerade mitten im stream deswegen mache ich das hier jetzt einfach mal uncut aber sony hat soeben wie in den damaligen gerüchten besprochen das playstation plus paket ab juni 2022 erweitert und zwar in drei unterschiedliche stufen playstation plus essential ist im grunde genommen das was ihr jetzt habt und der preis bleibt auch gleich 8 euro 99 monat oder 59 euro 99 ihr bekommt weiterhin zwei kostenlose playstation 4 spiele und ein kostenloses playstation 5 spiel und dazu könnt ihr natürlich noch online zocken wenn ihr allerdings jetzt ab juni dann ein bisschen mehr haben wollt dann gibt es playstation plus extra und da gibt es oben drauf noch mal 400 playstation 4 bzw playstation 5 spiele die ausprobieren könnt also im grunde genommen ähnlich wie der game pass und das kostet 13 euro 99 im monat bzw 99 euro 99 im jahr wenn ihr jetzt allerdings retro fans seid dann müsst ihr noch ein bisschen tiefer in die tasche greifen und da wird es halt meines achtens nach schon ein bisschen zu teuer aber wenn ihr zb playstation 3 und playstation 2 spiele zusätzlich spielen wollt im playstation now abo service sozusagen das wird nämlich zusammengefasst dann in einem paket dann müsst ihr in zukunft im jahr 119 euro und 99 cent bezahlen beziehungsweise im monat 16 euro und 99 cent psp spiele kommt zwar noch oben drauf aber ich sehe so ein bisschen das ganze heikel wenn ich ehrlich bin bei 120 euro im jahr ist schon eine ganze menge sicherlich wird es das auch wieder günstiger geben zb bei meinem partner instant gaming da könnte jetzt auch schon playstation karten kaufen und auch playstation plus karten und die sind dann meistens wesentlich günstiger als das eigentliche paket was ihr online im store abschließen können aber es ist trotzdem eine ganze ganze menge und das muss natürlich jeder für sich selbst wissen wenn ihr jetzt playstation plus member seid dann werdet ihr automatisch auf playstation plus essential umgegliedert und wenn ihr playstation member seid dann bekommt ihr für die restlaufzeit erstmal playstation plus premium und bis dann später aufstocken das ist zumindest fair gemacht aber die preise sind doch schon meines erachtens nach diskussionswürdig aber vielleicht sagt ihr hey das ist völlig in ordnung für den game pass zahl ich gerade 12 99 dann zahl ich auf der playstation noch die 13 99 und dann bin ich erstmal komplett abgedeckt aber es werden sich sicherlich auch eine ganze menge spiele einfach doppeln dann das wird man dann in zukunft sehen aber ich wollte es euch zumindest nahe bringen und ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß lasst gerne den daumen nach oben da unten abo und ich wünsche euch einen wunderschönen guten tag mittag oder abend bis zum nächsten mal und ciao so